Hallo, willkommen zur Ratzeburger Gartenkräuterei und heute geht es um den Rosmarin. Kommt mit! Die ursprüngliche Heimat des Rosmarins ist der Mittelmeerraum. Somit mag er kalkhaltige, trockene Böden und er liebt den Sonnenschein. Der Rosmarin hat verholzte Zweige, ist buschig und immergrün. Seine Rinne ist schuppig und er kann eine Höhe von bis zu zwei Meter erreichen. In der Zeit der Blüte zeigt er seine, bei Bienen übrigens sehr beliebten, bläulichen oder selten auch rosalippen Blüten. Die schmalen, ungestielten Blätter, die erinnern eigentlich mehr an Nadeln als an Blätter. Sie stehen gegenständig zueinander, erscheinen einem ganz ledrig, wenn man sie anfasst und sind ja auf der Unterseite etwas filzig. Um eine heiße und trockene Zeit gut zu überstehen, sind die Blätter nach unten eingerollt. So schützt sich der Rosmarin vor dem Austrocknen. Er hat sich angepasst und fühlt sich nun auch bei uns im Garten wohl. Mit Rosmarin hat man nicht nur ein gutes Küchenkraut im Garten, sondern eine ganze Naturapotheke. Schon im Altertum wurde der Rosmarin als Wirts- und Heilpflanze kultiviert. Und später wurde er für die Klosterapotheken in den Klostergärten gepflanzt und so für einige Beschwerden eingesetzt. Verwendet werden vom Rosmarin die Blüten und die Blätter. Neben Saponine und Flavone enthält er beispielsweise auch Gerbstoffe, Bitterstoffe und ätherisches Öl, in dem unter anderem auch Kampfer vorkommt. Rosmarin wirkt beruhigend auf die Nerven und hilft bei Erschöpfungszuständen, Kopfschmerzen und Nervosität. Die Bitterstoffe regen die Säfte an und sind daher immer gut, anregend und unterstützt für die Verdauung. Somit hilft der Rosmarin auch bei einem Völlegefühl, einem Blähbauch und bei Appetitlosigkeit. Es ist eine innerliche und äußerliche Anwendung möglich. Beispielsweise in Form von Tee, von Räucherungen, Rosmarinöl, Einreibungen oder Bädern. Ein Rosmarinbad wirkt kreislaufanregend und kann Gelenk- und Muskelschmerzen lindern. Er ist eine reinigende Pflanze mit einer antiseptischen und entzündungshemmenden Wirkung. Ein morgendliches Bad mit Rosmarin fördert die Durchblutung und belebt. Er ist eine Pflanze der Lebenskraft und der Sonne. Der größte Anteil der Rosmarinernte weltweit wird zum Destillieren des wertvollen ätherischen Öls gebraucht, das unter anderem für die Shampoo, Seifen und Parfümherstellung genutzt wird. Ein Beispiel wäre das allzeit beliebte Kölnisch Wasser. Als Küchenkraut passt der Rosmarin zu Fleischgerichten, zu Muscheln, Suppen und Eintöpfen. Mit rosmarinaromatisierter Wein, Essig oder aromatisiertes Öl kann gut für Soßen und Marinaden verwendet werden. Und man kann ihn gerebelt und als Pulver beigeben oder ganze Zweige nutzen, die nach der Zubereitungszeit einfach wieder entfernt werden. Rosmarin ist aber nicht nur eine Heilpflanze und ein Küchenkraut, sondern durch sein wertvolles ätherisches Öl auch ein sehr aromatisches Duftkraut. Der Rosmarinduft soll eine positive Wirkung auf das Gedächtnis haben, seine Leistung steigern und die Konzentration fördern. Das wussten schon die alten Griechen und deshalb trugen die Gelehrten Rosmarin im Haar oder rieben sich ihre Stirn mit Rosmarinöl ein. Dem wurde in unserer jetzigen Zeit nochmals nachgegangen. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass das ätherische Rosmarinöl nicht nur die Gedächtnisleistung, sondern gleichzeitig auch die Stimmung steigert. Dabei ist der sekundäre Pflanzenstoff Eukalyptol besonders wichtig, denn die Gedächtnisleistung ging bei dem Test vom Eukalyptolgehalt im Blut ab. Der Stoff gelangt über die Schleimhaut der Lunge und der Nase in das Blut und die Leistung stieg praktisch mit dem Eukalyptolgehalt an. Der Stoff macht immerhin 35 bis 45 Prozent des Rosmarinöls aus. Im Volksmund wird er auch Kranzenkraut, Brautkraut oder Brautkleid genannt, denn früher wurde er bei Hochzeiten mit in den Kranz oder den Strauß der Braut eingebunden, da er als Symbol der Treue galt. Im 16. Jahrhundert wurden vergoldete Rosmarinzweige mit Bändern geschmückt und bei Hochzeiten an die Gäste verschenkt. Der Rosmarin wurde der Venus geweiht. Es wurden aber auch Särge als Zeichen des treuen Gedenkens mit Rosmarinzweigen geschmückt. So ist der Rosmarin eine Pflanze der Treue, der Liebe und der Weisheit. Man sollte es aber mit dem Rosmaringebrauch und mit der Menge nicht übertreiben und gerade in der Schwangerschaft ist es besonders wichtig, dass man bei der normalen Wirtsmenge bleibt. Gefällt euch unser Kanal? Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert. Und denkt dran, immer fleißig liken! Bis zum nächsten Mal!